What's up liebe YouTube Freunde und Willkommen bei einer weiteren Folge Dead by Delight Wieder unter unserem lieben Jake hier unterwegs und wieder eine Werkzeugkiste, also standardmäßig wie auch schon In der letzten Folge und auch wieder standardmäßig eine Anna wie es aussieht Sie hat uns nicht gesehen und warum muss ich jetzt eigentlich, Moment mal, das muss ich hier ausmachen, Entschuldigung, das war mein Handy Das muss natürlich wieder genau zum falschen Zeitpunkt hier Oh mein Gott, der sabotiert Haken, Freunde So, gibt's auch hier irgendwo einen Generator, ich lasse diese Map vom Generatoren finden Immer eine Katastrophe hier Denn die können trotzdem immer irgendwo hier dahinter versteckt sein Und so Wir haben einen Twitch-Streamer, wie's aussieht hier Aus Bayern, wie ich vorher gesehen habe Das heißt direkt der Nachbar Und da muss ich dann hinschauen Ich hab keine Ahnung, ob der mich vielleicht kennt Denn er hat mich begrüßt War er noch Deswegen keinen Plan Und da guck ich dann einfach mal drauf Denn ich bin ja gleich an der Grenze zu Bayern Wer das noch nicht wusste Ich gebe ja Hier klären Informationen über mich Nicht zu viel, aber Ein paar dürfen schon sein Da liegt jemand Wir machen den Generator erst aber mal fertig Bevor ich mich überhaupt in die Richtung bewege Würde ich mal sagen Außer die Anna kommt zu uns Dann wird das eh nichts mit fertig machen Immer nur einen guten Für den Großartigen müsste ich mich immer konzentrieren Da hab ich keinen Bock drauf Okay Holt dich jemand? Ja, da wurde sie eh schon runtergeholt Sehr feine Sache Dann könnten wir ja gleich weitermachen Erst ein Generator Wir sind der einzige momentan, der einen Generator gemacht hat Was machen denn die anderen? Dann gehen wir auch mal raus Oh, ja, nice Dann prügeln wir doch den Generator hier gleich mal durch Würde ich sagen Hallo Dann haben wir wenigstens einen zweiten Und die Luke, wenn es wäre, freigeschaltet Was macht unser Twitch-Streamer? Jetzt liegt er Und die Meg macht sich schon auf den Weg zu ihm Sonst wäre ich hingegangen Denn unseren Nachbarn aus Bayern Ja, muss auf jeden Fall gerettet werden Ja Und wenn es am Ende ist Ich gebe auch mein Leben Gehst du denn hin? Auch zu dem Generator, okay Okay, okay, okay Ich bewege mich jetzt aber auch mal in die Richtung Moment mal Okay, sie sitzt hier Wird sie gefunden? Okay, nice, nice, nice Hallöchen Sie hat natürlich wieder keinen Bock auf uns Denn sie will lieber Tunnel Ach, wie ich diese Tunnel immer liebe Diese Camper und diese Tunnel In dem Spiel kann ich manchmal so gut tilten, Freunde Ich denke aber verständlich Jeder wird das auch kennen von euch Naja Ich tilte generell gerne in dem Spiel Wenn es mich zu sehr aufregt Dauert eh immer eine Weile Aber Dann habe ich meistens keine Lust mehr Och Mano Mach das doch nicht, Anna Was soll denn die Kacke? Was soll denn die Kacke? Was soll denn die Kacke? Diese verdammte Tunnelerei hier immer So, wir warten noch Denn Zeit haben wir ja noch Und ich hoffe, er gibt uns auch die Zeit Da er auf Twitch streamt Denke ich aber schon Ach, wurde schon geholt Die Mac ist wohl immer gleich in der Nähe Ja, es ist halt typisch Typisch Das tut mir leid So Generator Ja, er wird aufgehoben Ach, Freunde Ah, ja, ja, ja Gut, wir haben noch einen Generator zum machen Ach, Mano Komm doch Warum muss eigentlich genau jetzt In der Aufnahme Zweimal gleich das Telefon läuten Das muss ja wohl Wirklich nicht sein Ich rufe dann Ja, eh Zurück Okay Also diese Kriechmethode hier Ja Die ist schon Irgendwo auch Anstrengend Macht hier irgendwer noch einen Generator oder Was ist hier eigentlich los? Freunde, echt, ey Was soll die Kacke? Na schön und gut Hier macht ja niemand was Wo kämpfst du dich Jetzt wieder hin? Sie holt gerade Äxte, Freunde Sie holt gerade Äxte Okay Das war nicht so geil Wie sie Predigten wollte, dass ich ausweiche Und ich halt einfach nicht ausgewichen bin Okay, und weiter hier Jetzt zieh runter Sie ist runter Was? Ja klar, ey Ja, ganz klar, Freunde So Natürlich auch Iron will nicht auf Stufe 3 Also jammert er immer noch Was natürlich Kacke ist Wir haben mal Heal hier Ach ja Und guckt euch das an Wir haben Die ganze Zeit Einen Generator noch zu machen Ja Und er wird Nicht gemacht Was Sind das bitte Für Leute Was soll das? Alter So Oh Leute Echt ey Wo ist ein Generator Oh, jetzt habe ich natürlich Sprintkuss getriggert Ich Noob Egal Dann können wir sowieso laufen Ähm Wo ist denn noch einer Das kann es ja nicht sein Nee, 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 nee Ja Natürlich Wo geht sie denn Wo geht sie denn Oh, jetzt wurde mal ein Generator fertig gemacht Wahnsinn Weiter Okay Konzentriert sich genau auf die andere gerade Und dann gehen wir auch schon So Wo waren jetzt die Ausgänge Da drüben ist einer Und hier muss noch irgendwo einer gewesen sein Wow Okay Okay, sie geht in die Richtung Dann Gehen wir da mal weiter Irgendwo muss hier noch der Ausgang gewesen sein Aber wo 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 Und wurde er vielleicht auch schon aufgemacht Das nehme ich mit Danke Was hier schon rumliegt Ne Habe ich gefunden Darf ich behalten So die Devise Alter Wie ich halt hier die Ausgänge wieder nicht finde Leute Leute von heute Das ist Kacke Na gut Na gut Dann nehme ich einfach mal ein Totem mit Damit wir zumindest noch Punkte bekommen Ja Sollte ich jetzt nicht mehr rauskommen Denn man weiß ja nicht Man weiß ja nicht Ich weiß auch nicht ob sie nöt hat oder nicht und so Keine Ahnung Ach Hier ist ein Ausgang Hallöchen Hallö Du hast eine Taschenlampe Oh 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 man Ja Sehr schön Raus Raus mit uns Du willst also noch Dass ich dich heile Warum ist denn sie nicht gleich hier rausgerannt Okay Gut dann gehen wir Wenn sie uns raushaut Dann gehen wir auf jeden Fall Und jetzt hoffe ich aber Dass die noch auskommt Moment mal Moment mal Da könnten wir noch kurz gucken Was macht Ah sie hat die Luke Okay Sehr nice Jo Dann sind wir mal wieder einen Rang aufgestiegen Wenn es dir gefallen hat Weißt du ja Daumen nach oben Lass ein Like Da würde mich freuen Natürlich auch deine Kommentare Und in diesem Sinne Wünsche ich dir einen wunderschönen Tag Und eine traumhafte Nacht 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 Nacht